Ja und somit, willkommen zurück bei der nächsten Folge von Half-Life LX. Jetzt heisst es wohl, als Kofferpacker anzupacken. Ähm, scheisse. Ähm, wartet kurz. So sieht das am Flughafen aus. Hier in der Schweiz am Zürich Flughafen macht man das so. Oh, schön. Und da hinten seh ich doch schon was. Hängen oder nicht? Doch. Okay. Äh, was ist in meinem Licht? Ich werde es mit Licht einschalten. Schade. Okay, hier geht es nicht lang. Ähm. Lieber mal ein neues Magazin nehmen. Was sind das für Viecher? Hier. Hier sind wir andere Headcrabs. Die, die wir kennen. Sieht irgendwie komisch aus. Okay, geht nicht. Aber schön pink. Das geht nicht bestimmt für den Frauen. Sehr wenigens sauber. Hm, geht so. Die Spülung geht auch nicht. Ja, nun müssen wir wohl hier runter. Ich verhedre mich hier gerade im Kabel. Kleinen Moment. So, ja, entschuldigung. Ging nicht anders. Weil ich sonst das Kabel vielleicht ausgerissen hätte. Hm. Flur 1, elevators. Dort oben war es. Was sind das für Dinge? Ich kann die gar nicht anvisieren. Na ja, wenn du was dir alle frisst, ist mir das eigentlich auch recht. Ich kann die gar nicht ein wenig Ja, ich tô Deutsch jetzt haнет. Ich hab dich wirklich ausgerufen. Okay. Tschüss. Oh, das Arme. Lecker. Kommt die noch die Spucke hinunter, oder was? Bleibt doch dort stehen. Die Zunge kommt gleich reinunter. Komm, komm, hier drüber. Ja, sein Braves. Nein, dort. Ach, schade. Ja, bleib dort. Ich kann hier auch gerne warten. Ja, nein, komm, gehen wir mal weiter. Ähm, ich weiss nicht genau, ob wir hier hinauf müssen, oder hinunter. Wir gehen einfach mal zu der hinunter und schauen, okay, können wir gar nicht. Sonst noch etwas, sieht nicht so aus. Dann gehen wir halt hinauf. Ähm, ja. Treppenlaufen in VR. Hm, wohl noch jemand gefressen wurde. Vielleicht gibt's da unten ja was Schönes, aber da kommen wir nicht mehr hinaus. Dann kann man die Tür nur von dort öffnen. Aber irgendwie kommen hier ständig neue. Ich weiss ja nicht, ob's das wert ist. Ich muss hier aufpassen. Ich muss hier aufpassen. Und von dort hinten geht's ja auch noch lang. Vielleicht müssen... Vielleicht müssen wir auch nachher noch durchgehen, äh, entlang. Äh, hab ich noch. Hm, lecker. Schön. Irgendwie... Lässt du mir das... Keine Ruhe. Dort ist doch was. Wir gehen schauen, oder? Ach so. Dort hinten... Kameras geht an jetzt her. controversy ist doch was. Weil,ON, erstmal irgendwo nicht ihr den Mut. Aber! Was ist das so schön? Centre ? The Meims zusammenbreiten ist doch ein Tod. Hey? Kommas rein? Dann müssen wir da rum! Ich weiß, ich würde das lieben. Das ist okay, ich werde mit dir sehen. Oh! Sure! Okay. Okay, ja. So, das sind alles. Was sind das? Ich hoffe, für meinen Kombi. Ja, wartet. Ich komme gleich, sorry. Wartet. Oh. Na, oh. Ging nicht so gut. Ging nicht so gut. Okay, wir mussten sogar eigentlich hier hin. Das sieht mir irgendwie zu auffällig aus. Okay, kann man nicht. Ähm, sorry. Du musst hier kurz mal etwas weg da. Okay. Oh, shit. Oh, man. Na ja. Sehr gut. Okay. Ich bin schnell auf das. Schon etwas? Äh. Okay. Okay. Ich wollte schon sagen. Ist die Tür jetzt offen, oder was? Ja. So, ich breite mich mal darauf hin, dass ich wahrscheinlich hier sterben werde. Ja, okay. Geht nicht mehr. Er wartet nicht allzu viel. Ja, okay. Geht nicht mehr. Okay. 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 Wie komme ich jetzt hier raus? Ich kann ja nicht von Etage zu Etage... Sehr schön... Gut... Nein, nicht so schön... Jetzt klettern die Tiere, die Viecher hinein, überall hin... Oh shit... Oh mein Gott... Stierp doch... Scheiße! Okay, das ist jetzt richtige Munitionverschämtung. Ah! 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 Nein! Sack der Nein! Verdammt nochmal! Okay, da hier so viele Potions sind... Türkei... Nee, die einfach mal... Ich glaube, das bringt gar nichts. Yes! Three left! Ah, schon wieder! Fuck! Gar nicht gut! Ah! Schnell, weiter, weiter, weiter! Schnell! Einfach weiter! Einfach weiter! Komm, komm! Danke! Tschüss! Ich gehe dann mal weiter... Äh, nein! Keine Ahnung, ob es schlau ist, die Türe hinter mir zu schliessen... Aber... Ja... Das war jetzt... etwas aufregend... Wie lebt! Wie lebt? Ich sehe... Ich sehe hier nicht irgendwo... Nein... Ich sehe gar nicht... Okay... Ah, nein... Scheiße... Irgendwas wollte ich mir sagen... Oh nein... Komm schon... Komm schon... Nicht wieder die Blitzdinger... Ich sehe hier... Ich sehe hier... Danke... Danke... Vielen... Dank... Und keine Schottgang schüren... Danke... 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 Keine Ahnung, ob es das schon war. Es sieht nicht so aus. Okay. Versuch, wer es wert. Ich habe die Bräume gebraucht. Sie sehen zumindest nicht, ist das ein Toter? Mal schauen Ach so, die Tür geht gar nicht auf, muss ich jetzt ernsthaft von oben hinein springen Ja, ok, komm Nein Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh no Ach du Scheiße Jetzt geht's up here Oh shit Oh Keep hit Oh Oh That's good Oh 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 Wow Ach du Scheiße Solche Sachen mag ich gar nicht Oh 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 Jaa Nun Nun Jijs Hint Man 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 Schnell! Ich bin am Arsch! Ich habe so gut wie keine Munition mehr! Ich bin weg! Was mache ich jetzt? Wo läuft sie hin? Ja, ja! Nur so gut wie keine Munition mehr! Ist ja nicht schlimm, oder? Damit kann ich ja leben! Zumindest finde ich Polymer! Das ist alles was ich brauche! Zwar nur noch 4 Shotgun shells, aber was solls! Und ich bin es! Ja, schön! Pfff! Ok! 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 Ich brauche das um hier rauszukommen, dann muss ich das nehmen um dort die Tür zu öffnen. So, okay, bevor wir weiter gehen, mache ich keine Pause, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal bei Half-Life Alyx. Tschüss. 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 Tschüss.